Heute zeige ich euch Nebel. Die Feuchtigkeit, die zieht vom Land aufs Meer. Das kann man hier sehr gut beobachten, wie die Nebelschwaden vom Land aufs Meer ziehen. Das ist ein Phänomen, was man nicht häufig sieht. Dazu braucht man verschiedene Wetterkonstellationen. Wir hatten gestern ein sehr, sehr warmes Wetter und heute Morgen ist es sehr feucht. Und daher hat sich diese Feuchtigkeit dann in Nebelform entwickelt. Und man sieht richtig, wie die Nebelschwaden aufs Meer ziehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank. Vielen Dank.